Wahre Schönheit kommt vom Essen. Erfahre, wie basische Ernährung dich schön und gesund macht. Ein Artikel von Viktoria Tauberger von Mantra auf Balance. Hallo du wundervolle Seele, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen. In diesem Artikel erzähle ich dir, wie basische Ernährung uns langfristig schön und gesund macht. Ja, basische Ernährung macht uns schön und gesund. Hast du folgende Beschwerden oder kennst du jemanden in deinem Umfeld mit Sodbrennen, Neurodermitis und anderen Hautunreinheiten, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, starke Zellulitis, Muskel- und Gelenkbeschwerden, Knochenkrankheiten wie Osteoporose, Gallensteine oder Haarausfall? Ja? Dann hör bis zum Ende und ich verspreche dir, du wirst einige Aha-Momente haben. Der Säure-Basen-Haushalt ist häufig ein Thema in meinen ganzheitlichen Ernährungsberatungen mit meinen Klienten. Doch was genau ist das eigentlich? Der pH-Wert. Von pH-Wert hast du ja sicher schon mal was gehört. Für unsere Gesundheit hat er eine extreme Bedeutung. Die Abkürzung pH kommt aus dem Lateinischen Potentia Hydrogenii und heißt Konzentration der Wasserstoffionen. Die pH-Skala reicht von 0 bis 14. Alles unter 7 zählt als sauer und alles über 7 ist basisch. Keine Sorge, ich möchte dich nicht mit weiterer Chemie langweilen. Der Säure-Basen-Haushalt ist ähnlich wie die Darmflora ein Verhältnis zwischen Gut und Böse bzw. weniger Gut. Wir brauchen die richtige Balance von beidem, um gesund zu sein. In unserem Körper gibt es Bereiche, die basisch sein müssen, zum Beispiel der Mund, der Dünndarm und das Blut. Ebenso gibt es aber auch Bereiche, die sauer sein müssen, der Magen, um die Nahrung desinfizieren zu können und der Dickdarm, der 99% all unsere Bakterien beherbergt. Denn Bakterien brauchen einen Lebensraum mit einem sauren Milieu. Was beeinflusst den Säure-Basen-Haushalt? Die Ernährung Der kluge Körper Der fleißige Körper versucht unsere Ernährungssünden ständig auszugleichen. Das macht er mit seinem ausgeklügelten Mechanismus. Er leitet die überschüssige Säure, die wir über die Nahrung aufgenommen haben, aus und zwar durch die Haut beim Schwitzen, besonders an den Füßen, die Atmung, den Darm und die Blase. So reguliert er den Säure-Basen-Haushalt und hält ihn in seinem Gleichgewicht von ca. 75 zu 25, also basisch zu sauer. Der Durchschnittsmensch ist übersäuert. Ja, soviel zur Theorie. Die Realität sieht leider mittlerweile anders aus. In unserer, sagen wir mal, zivilisierten Welt voller Zucker, Fleisch, Fastfood, Alkohol und, 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 ernährt sich der Durchschnittsdeutsche leicht übersäuernd. Ernähren wir uns über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg auf diese Weise, dann kommt unser fleißiger Körper mit dem Ausleiten der überschüssigen Säure aus dem Körper nicht mehr hinterher. So wie wenn du am Fließband arbeiten würdest und das Band einfach zu schnell läuft. Basenbildende und säurebildende Lebensmittel Saure Lebensmittel sind z.B. Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch und Wurstwaren, Nüsse wie Erdnüsse, Teigwaren wie Nudeln, Getreide, Mehl, Milchprodukte und Eier, alle Brotsorten, Süßigkeiten, süße Getränke. Basische Lebensmittel hingegen sind alle Kräuter, alle Gemüsesorten, alle Obstsorten, gewisse Nüsse wie Haselnüsse, stilles Wasser, Kräutertee und selbstgemachte Säfte. Ich habe dir mit dieser Aufzählung ein ungefähres Bild geben wollen, was denn nun basenbildende und säurebildende Lebensmittel sind. Diese Aufzählung ist aber so nicht ganz exakt, denn es gibt auch gute Säurebilder, wie z.B. ein Bio-Joghurt, wohingegen ein herkömmlicher Joghurt ein schlechter Säurebilder ist. Möchtest du detaillierte Infos dazu haben, dann schau dir den Link vom Zentrum der Gesundheit an. Diesen Link findest du auf dem geschriebenen Blogartikel. Folgende Punkte gehören zwar nicht zur Ernährung, sie sind aber auch säurebildend, z.B. Zahngifte wie Quecksilber und Palladium, Giftstoffe, die von Pilzen und Bakterien ausgeschieden werden, Stress, Angst, Sorgen, Ärger und negative Gedanken. Angst, Nervosität und Stress können auch eine Übersäuerung hervorrufen. Denn diese Zustände führen zu einer Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin, was wiederum zu einer Erhöhung des Herzschlags und des Blutdrucks führt. Wir atmen schneller und gleichzeitig flacher. Durch diesen Prozess werden Fettsäuren freigesetzt, die, wie der Name schon sagt, sauer sind. Der Abbau der Stresshormone führt zu einer Säurebildung. Stress führt auch zur Muskelanspannung, durch die der Abtransport und die Ausleitung der Säuren gehemmt werden. Warum ist ein schlechter Säurebasenhaushalt ungesund? Zurück zum Fließband. Essen wir langfristig zu viele säurebildende Lebensmittel, also zu viel Fastfood, tierische Produkte, Zucker und Weizen, so kommt unser Körper gar nicht mehr hinterher, die ganze Säure über die Haut, Lunge, Blase und den Darm auszuleiten. Es kommt zu einer chronischen Übersäuerung des Organismus und auch zu einer Ansiedlung vieler verschiedener schlechter Mitbewohner, wie Bakterien, Pilzen und Viren. Denn sie lieben ein saures Milieu. Doch was genau passiert nun bei einer Übersäuerung? Da der Körper durch all die überschüssige Säure völlig überfordert ist und somit so viel Arbeit hat, hat er sich was einfallen lassen. Und zwar das Zwischenspeichern. Unser Körper speichert nämlich die überschüssige Säure schnell mal irgendwo im Körper ab, da er mit dem Ausleiten nicht nachkommt. Er denkt sich nämlich, ich leite sie dann aus, wenn ich wieder Luft habe. Tja, und genau das ist das Problem. Denn beim Abspeichern muss die Säure nämlich neutralisiert werden, sonst würde sie die jeweilige Körperstelle verätzen. Für die Neutralisierung müssen den Knochen basische Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium, Kalium und Natrium entzogen werden. Die Mineralstoffe sind aber sehr wertvoll für unseren Organismus und werden eigentlich in den Knochen benötigt. Dieser langfristige Entzug führt zu verschiedenen Knochenkrankheiten wie Osteoporose und Arthritis. Wo speichert der Körper die Säure denn nun ab? Er speichert die Säure in folgenden Bereichen ab. Im Bindegewebe, das führt zum Beispiel zu starker Cellulitis, Hautunreinheiten und Falten. In den Gelenken, das führt zum Beispiel im Alter zur Knochenbrüchigkeit wie Osteoporose, Arthritis, Arthrose, Muskel- und Gelenkbeschwerden. In den Blutgefäßen, das führt zur Verengung, dann Bluthochdruck und schließlich zu Herzinfarkt und Schlaganfall. In den Nieren, Blasen und der Galle, das führt zu Nieren, Blasen und Gallensteinen. Es ist ein sehr schleichender Prozess, der über Jahre andauern kann. Es hat sich mittlerweile herausgestellt, dass die Übersäuerung über die falsche Ernährung der Hauptgrund für die Entstehung von chronischen Krankheiten und Krebs ist. So, genug über Krankheiten, wir wollen ja positiv sein und was verändern. Wie basische Ernährung uns gesund und schön macht. Hast du den Artikel zum Thema Darmaufbau, Gesundheit beginnt im Darm, sechs Tipps für eine bessere Verdauung schon gelesen? So ist folgende Information für dich auch relevant. Falls du Interesse an einem Darmaufbau hast, dann sollte deine Ernährung basenüberschüssig sein. Wenn dir beim Staubsaugen nämlich jemand hinterherläuft und neue Krümel verteilt, dann wirst du mit der Arbeit niemals fertig. Zu einem Darmaufbau gehört auch eine gründliche Entsäuerung und diese bekommen wir durch eine basische Ernährungsweise. Der Organismus wird nicht mehr zusätzlich belastet und kann die verstaute Säure langsam aus dem Körper befreien und ausleiten. Ebenso ändert sich das Milieu, wodurch die schädlichen Bakterien nicht mehr überleben können, während sich die Lebensbedingungen für gute Darmbakterien wieder verbessern und diese sich wieder verstärkt ansiedeln und vermehren können. Versuche deine Ernährung Stück für Stück etwas basischer zu gestalten. Deine Ernährungsumstellung Falls du Interesse hast an der Tabelle mit den basenbildenden und säurebildenden Lebensmitteln, dann schau dir den Link auf meinem geschriebenen Blogartikel nochmal an. Als Faustregel gilt, für ein Lebensmittel mit tierischem Eiweiß wie Käse, Milch oder Fleisch sollte die vierfache Menge basischer Lebensmitteln gegessen werden. Du kannst zum Beispiel einen Tag in der Woche auswählen, an dem du dich ausschließlich von tierfreien Lebensmitteln ernährst. Es gibt mittlerweile so viele vegane Alternativen. Trinkst du gerne Milch? Dann probiere mal Hafer, Mandel oder Sojamilch stattdessen. Ich habe für eine Umstellung auch eine Weile gebraucht. Mittlerweile liebe ich Hafermilch und mache sie sogar nun selbst. Isst du gerne Brot mit Wurst und Käse und Butter? Hier gibt es auch viele Alternativen wie Avocado und vegane Aufstriche. Vegane Aufstriche bekommst du heutzutage sogar in Discountern und beim DM. Versuche gewisse Fleischgerichte zu veganisieren. Man kann Fleisch problemlos ersetzen. Es ist eine reine Kopfsache und dein Körper braucht wirklich kein Fleisch. Alle Nährstoffe findest du auch in pflanzlichen Lebensmitteln. Wenn du dich mit einem Tag in der Woche wohlfühlst, kannst du ihn nach einem Monat auf zwei Tage ausweiten. Das Wichtigste ist, sei nicht zu hart zu dir selbst. Der allerbeste Weg zu einem gesünderen Lebensstil ist, liebevoll zu sich zu sein. Sei dankbar für deinen fleißigen Körper und du wirst automatisch aus diesem neuen Bewusstsein heraus gesünder essen. Basenbäder und Co. Neben der basischen Ernährung gibt es aber noch andere Möglichkeiten, wie du gesünder und schöner wirst. Hier habe ich dir auch gleich mal meine persönlichen Produkte, die ich nutze, verlinkt. Die siehst du dann in dem geschriebenen Artikel. Schüsselersalze geben deinem Körper wertvolle badische Mineralstoffe zurück. Die Algen Spirulina und Chlorella helfen dir, besser Schlacken und Säuren aus deinem Körper auszuschwemmen. Die Mineralerden Zeolit, Bentonit, Heilerde und auch Silizium sind ebenfalls gute Magneten für Giftstoffe und Säuren. Es ist extrem wichtig, dass du am Tag mindestens 2 Liter Wasser trinkst, wenn nicht besser sogar 3 Liter, damit die Säuren und Giftstoffe ordentlich aus dem Darm hinausgespült werden können. Hier eignen sich besonders Quellwasser, Mineralwasser ohne Kohlensäure und Kräutertees. Und bitte trink keine Kohlensäure, denn die Kohlensäure blockiert die Kalziumaufnahme für 12 Stunden in deinem Körper. Hast du eine Badewanne? Ein Basenbad unterstützt den Körper, überschüssige Säuren über die Haut auszuscheiden. Hier kannst du deinem Badewasser etwa eine halbe Tasse Natron und eine halbe Tasse Apfelessig zufügen. Also ich liebe das sehr. Willst du nicht in die Badewanne oder vielleicht hast du ja auch gar keine Badewanne, kannst du auch beim Anschauen deiner Lieblingsserie ein Fußbad nehmen. Hier fügst du auch Natron und Apfelessig hinzu und lässt deine Füße für 20 bis 30 Minuten in dem warmen Wasser. Unsere Füße sind nämlich meist dem Entgiften. Sie entgiften nämlich den ganzen Tag, besonders nachts. Zum Duschen empfiehlt es sich basische Pflanzenseife zu benutzen. Für die Hautpflege Pflanzenöle und Kokosöl. Schwitzen in der Saune hilft deinem Körper zusätzlich zu entsäuern. Spaziergänge an der frischen Luft, Wandern, Joggen, Radfahren usw. sind für eine Entsäuerung auch sehr wichtig und förderlich. Wenn du unsicher bist, mach einen pH-Test. Um zu erfahren, wie denn dein eigener Säurebasenhaushalt nun aussieht, empfehle ich dir Teststreifen aus der Apotheke zu holen. Sie sind günstig und sehr leicht anzuwenden. Die pH-Teststreifen sind eine einfache Methode, den eigenen pH-Wert zu testen. Dafür tröpfelst du entweder deinen Speichel oder Urin auf einen Teststreifen. Sobald die Flüssigkeit auf den Teststreifen gelangt, verfärbt sich dieser. Lies dir unbedingt die Anleitung durch, denn Urin ist an sich etwas saurer als Speichel. Für die Einordnung der gemessenen pH-Werte gibt es eine Skala, die farblich unterteilt ist. Die Skala siehst du im geschriebenen Artikel. Anhand der Farbe auf dem Teststreifen kann der eigene pH-Wert identifiziert werden. Die Farbeinteilung findest du natürlich auch auf deinen Teststreifen. So, ich hoffe, der Artikel hat dir gefallen und du kannst etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich unglaublich über einen Kommentar freuen oder auch über das Teilen mit deinen Freunden. In Liebe, Viktoria. Wenn du aber viel tiefer in die Materie einsteigen möchtest und lernen willst, wie du deine Gesundheit langfristig Schritt für Schritt transformieren kannst, dann lade ich dich zu meinem kommenden vierwöchigen Gruppen-Online-Kurs ein. Mehr Infos und Anmeldung findest du auf meiner Webseite. Wer spricht hier? Ich heiße Viktoria Tauberger, Jahrgang 86, Master in Wirtschaftswissenschaften. Ich bin Gründerin von meinem Herzensbusiness Mantra of Balance. Ich bin begeisterte Expertin für die Darmgesundheit, Women Empowerment und Achtsamkeitscoach. Meine Herzensmission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, die Balance sowohl im Körper als auch der Seele auf eine holistische und nachhaltige Weise wiederherzustellen. Ich bin begeistert, Menschen dabei zu unterstützen,